Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Mata Schmiede Kovu abschalten, anzunehmen bei Annoch Retin Kavdja, im Nesersturm, an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet, wo ich mich befinde. Vor Quest war Angriff auf Mata Schmiede Kovu. Sollte ich mich da täuschen bei der Vor Quest, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch helfen in Bc Classic. Wie ihr seht kann ich auch fliegen. Ich fliege aber meistens in der Nähe des Bodens entlang, so dass ihr meine Wege nachverfolgen könnt und auch nachlaufen könnt. Ich fliege nicht irgendwie über Abgewünde oder über Berge, sonst würde der Sinn des Videos ja keinen Sinn machen. Ich glaube das war falsch formuliert, aber ich glaube auch, ich habe mich trotzdem verstanden. So, hier bin ich auch schon bei der Mata Schmiede Kovu. Und dann laufe ich hier hinein. Ich befinde mich aktuell an dieser Position. Und hier braucht man zuerst den Zugangskristall von Kovu. Schauen wir mal, von welchem Mob wir den bekommen. Ich glaube, das ist ein spezieller Mob. Und zwar dieser hier. Ich glaube, der steht auch immer an derselben Stelle. Vorarbeiterin Seilana. Hört ich mal. Tatsächlich Zugangskristall von Kovu. Dann darf man hier mit dieser Steuerkonsole von Kovu interagieren. Und die Sprechblase anklicken. Jetzt werden vermutlich ein paar Mobs angelaufen kommen, die man bekämpfen muss. Techniker. Leider haben die keinen Loot. Aber sie gehören zur Quest. Was passiert, wenn ihr die Mobs nicht jötet, kann ich jetzt nicht sagen. Die versuchen irgendwie, die Notabschaltung zu verhindern, indem sie irgendwas auf den Kristall kanalisieren oder so. Kann ich ja beim nächsten Mob mal kurz zeigen. Falls ich es nicht vergesse. Ich bin sehr hektisch, wenn es um das Mobs töten geht. Da. Seht ihr? Es könnte auch sein, dass dann die Quest fehlschlägt, wenn zu viele Mobs diesen Strahl länger auf den Kristall kasten. Und ja, jetzt heißt es halt abwarten. Bis das abgehakt ist und bis das steht, Quest bereit zur Abgabe. Und es steht halt da, spricht mit bla 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 in bla bla bla. Dann ist sie auch abgeschlossen, soweit ich weiß. Na komm, das dauert jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen länger als bei der Mana Schmiede bin ab. Aber wir haben ja Zeit, nicht wahr? So. Und wieder fünf Combo-Punkte. Brutal. Vielleicht kommt noch ein Boss. Das habe ich gar nicht bedacht. Aber ich glaube nicht. Einfach nur Geduld haben. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich bin auch auf Facebook unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt hat es gezählt. Dachte schon, ist es fair geschlagen, weil diese Vorarbeiterin nochmal aufgetaucht ist. Aber gerade so hat es gezählt und bereit zur Abgabe. Nochmals zurück zur Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Seite poste ich die Softwarein, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und jetzt wo ich den Satz so gerade sage, fällt mir ein, habe ich es nicht schon vor der Manaschmiede gesagt. Also bevor ich hineingelaufen bin. Hmm. Naja, doppelt hält besser. Nun bin ich auch schon gleich beim Abgabe-MWC. Ach ja, nicht wegschalten. Es wäre cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinen Kanal sehr unterstützen. So. Und dann hier hinein. Quest ist abzugeben, bei Anahorath in Karya. In Nesersturm, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Das ist okay. Und er hat es okay. Vielen Dank.